Branch! Branch! Branch, bist du da? Ich gehe nicht auf deine Party. Die Party ist vorbei. Wir wurden angegriffen von einem Bergen. Ich wusste es. Er hat Cooper und Seide und Biggie und Guy Diamond und Creek. Und deshalb muss ich dich das fragen. Willst du mit mir nach Bergenstadt gehen, um alle zu retten? Was? Nein. Branch, sag doch nicht nein. Das sind deine Freunde. Das sind deine Freunde. Da verkriegst du dich hier für immer? Für immer? Nein. Also meine Vorräte hier unten reichen gerade mal für vielleicht 10 Jahre. 11, wenn ich meinen eigenen Schweiß abfülle und trinke. Was ich mache? Du hast gesagt, ich wäre irre, hä? Und wer ist jetzt irre? Ich. Irre gut vorbereitet. Die verrücktesten Dinge passieren, wenn sie reden. Willst du wirklich hören, was sie zu sagen hat? Nein. Aber ich will mir keine Watteknoll in die Ohr stopfen. Glück nach Liebe. Und wer ist da? Vielen Dank.